Hallo, hier ist die Feuerwehr Dansen, wir wurden nominiert von der Feuerwehr Wendeln zum Kohl-Porter-Challisch 2014 und wir haben uns auch das Gäste ausgedacht. Hier ist es ein Kohl-Porter-Challisch. Auch so kann man ein Fahrzeug tieferlegen. Ich habe ein Aquarium. Hahahaha So das war die cool Wasser-Motor-Challenge 2014 aus Deinsen Vielen Dank an die Feuerwehr Bandel nochmal Wie toll die Idee uns zu nominieren Wir nominieren jetzt Feuerwehr Lübrechtsen und Feuerwehr Rott Auch ihr habt bestimmt Zeit Viel Spaß Wir sind beim Grillen wieder